Hallo, hier ist wieder euer Nudel von der RIP-Play-Clap-Comeback-Clark-Company. Und ich habe hier wieder zwei letzte Spieler, die jetzt ein Interview geben lassen. Wie war denn bisher euer Verhaktung? War. War? Okay. Das ist eine Antwort. Was erwartet ihr denn von der GameStop 2020? Ja. Da stellt gerade ein anderes Team auf den Film. Ja. Was spielt ihr denn so zuhause? Tentative. Tentative. Tentative zum Beispiel. Aber ihr Online-Spieler? Ja, Online-Spieler. Ja, das ist cool. Das ist ja toll. Wie findet ihr bisher die Atmosphäre denn hier? Was? Angedeckt. Jedes Jahr auf die Kuh eigentlich. Ja, aber ihr habt ja immer besser, oder? Super schön. Cool. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Wünsche euch noch einen schönen Tag hier. Auf Wiedersehen. Ja.